Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute werden wir mal eine klitzekleine Show Lounge machen. Und dafür brauche ich heute mein Handy. Und zwar machen wir alle Rennen im Moorland. Versuchen wir in fünf Minuten zu machen. Und ich weiß nicht, ob es klappt. Also bei Jeter ist es jetzt nicht mehr. Gut, dann werde ich jetzt kurz den R rein. Dann können wir anfangen. Ich hoffe, dass es jetzt schon so dunkel ist. Aber naja. Ich fang hier an. Ich weiß nicht, ob ich mir hängen will, aber hier hinten. Gut. So, los geht's. Fünf Minuten lang habe ich Zeit für vier Rennen. Aber ich glaube, schaffe ich. Weil man hat das ja schon einen Zehn. Und dann müsste das eigentlich etwas leichter gehen. Und ich bin an der Überlegung, ob ich das vorhin-Training halt auch aufnehme. Also, ich glaube, ich mache das mal bei Einfohlen. Und ja. Mal gucken, wie das laufen wird. Ich bin halt sehr stolz. Nummer eins. Ja, ist das etwas? Oh, kommt der ne. Wir müssen das tatsächlich zackig machen. Jetzt einfach sogar kacken. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir gehen jetzt nach drei Minuten. Und das Schatz macht zwei Minuten. Ein für Loretta's Rennen. Weil das... Das braucht halt etwas länger. Oh mein Gott. Komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Optimistisch. Wenn ich das jetzt in zwei Minuten schaffe. Ja. Habe ich noch ein paar Sekunden. Wenn das jetzt rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich werde Zeit schaffen. Wir gucken einfach mal, wie viel Zeit wir danach noch brauchen. Also, wir machen definitiv diese Rennen durch. Oh Gott. Malte, ich schaffe das. Oh Mann. Das kann doch nicht gut gehen. Ich brauche dafür schon 42 Sekunden. 44. Oh, das ist schon fast ein paar Minuten. Die Pandora schon Risse. Wollen wir auch mal so machen? Das ist eine Idee. So kann ich hier abkürzen, aber es funktioniert nicht so gut hier. Guck, guck, guck. 1.20. Da haben wir ja so viel Zeit im Netz. Dann kann ich es ja hin und dafür brauchen. Ich bin stolz. Warum redet der so viel? Eine Minute. Er zeigt eine Minute noch. Schon laufen. Uff. Ich schaffe das. Ich schaffe das erst. Ich schaffe das richtig. Ich schaffe das jetzt wirklich, Alter. Na komm, die Gummik. Ich schaffe das. Wir haben zehn Sekunden nur noch gehabt. Ich habe gestoppt. So, mein Gott, wir haben es geschafft, wir haben sie gerade durchgezogen. Wie fandet ihr dieses wunderschöne Video? Ich bin sehr froh, dass wir diese Challenge geschafft haben. Und dann, bis zum nächsten Mal, es wird jetzt etwas mehr Challenge gehen. Tschüss!